Hallo, hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Für mich geht es jetzt nach Mannheim zu meiner Schwester, denn wir gehen zusammen auf das Apex-Festival. Ich kann hier mal das Line-Up einblenden, dass man mal sieht, wo heute kommt. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig. Meine Schwester wohnt auch irgendwie nur drei Kilometer von der Maimarkale weg. Das heißt, es wird auf jeden Fall sehr entspannt. Ich fahre jetzt 40 Minuten ungefähr hin und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich. So, wir sind jetzt da. Dann gehen wir jetzt rein. Yay! Okay. Okay. Wir haben jetzt noch ein paar Schritte aufs shiny Energien! Oh, wir wollen. Stop! Oh, mein Gott! Germany, put your fist up! It's hammer time! We're going to take a bath! We got a bath! I think that the memories are always cool! Das ist Psychedelic Live. 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 Das ist Psychedelic Live.